Der Titel Canta Oscuro ergab sich erst zum Schluss. Am Anfang in den vorbereitenden Gesprächen mit Manfred Eicher standen zwei Hauptwerke im Mittelpunkt. Zu einem die Chacon von Bach Pusoni und zum anderen die andere Chacon von Sofia Gubaidulina. Danach entstanden dann die Ideen, Chorelle von Bach dazuzunehmen in der Bearbeitung von Bach Pusoni, aber auch ein Präludium von Bach Siloti und schließlich die Suite von Paul Hindemith 1922. Der Titel Canta Oscuro ist eigentlich eine Spielanweisung im Choral von Bach Pusoni. An der Stelle, wo das Originalchoral zu Ende ist, der Pusoni wiederholt die letzte Zeile noch einmal und an der Stelle schreibt er, più oscuro ma sempre cantando. Und dies bedeutet für mich oscuro im Sinne von geheimnisvoll, nicht nur dunkel, sondern eben vielleicht düster, geheimnisvoll. Und sempre cantando heißt eben immer singend. Und das ist vielleicht der Traum jedes Instrumentalisten, mal die Grenzen des Instruments zu vergessen und auf dem Flügel zu singen. Die Chorelle von Bach haben mich auch immer gereizt. Deswegen bin ich dem Pusoni so dankbar für diese wundervollen Transkriptionen. So kann ich nämlich diese Chorelle auch auf dem Klavier spielen. Musik Musik Gut bei Dulina ist eine Komponistin, die Bach über alle Massen bewundert. Sie betont das auch immer wieder in ihren Interviews Und ich hatte ja auch das Glück, mit ihr das Stück zu erarbeiten. Kennengelernt haben wir uns erst in Deutschland, aber wir kommen beide aus der gleichen Stadt. Aus Kazan, auf der Volga, aus dem schönen Tatarstan. Ich hatte auch sehr viel von ihren Hinweisen auf die Chacon profitiert. Ich habe es natürlich sehr gerne in mein Spiel eingebaut und habe mit ihr zusammen daran gearbeitet. Also es war eine sehr, sehr spannende Zeit mit ihr. Paul Hindemith nimmt die barocke Suid-Form und tauscht der Allemann-Dokurant des Raban-Tonjik mit den modernen Tänzen der 20er Jahre aus. Ich denke, dass Herr Hindemith auch bei diesem Stück sehr viel an Bach gedacht hat. Zu einem Ragtime, das ein Jahr von der Suide geschrieben wurde. Er sagte, glauben Sie, Bach würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das hören würde? Nein, nicht im geringsten. Wenn er jetzt erleben würde, würde er Schimmie erfinden. Und dazu würde er ein Thema aus dem wollteberätten Klavier nehmen. Ich finde, dass Manfred Eicher nicht nur ein Produzent bei dieser Aufnahme war, sondern auch ein Künstler, der diese Aufnahme maßgeblich mitgestaltet hat. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung.